Ansgar Brinkmann, die Party ist fast zu Ende. Wie war der Abend? Ja, Vietentus live. Es war das volle Programm. Ich glaube wirklich für alle was dabei. Musik, super Interviews. Also die Zeit ist verflogen. Was war das Highlight des Abends? Vielleicht die eigene Einlage beim Tischtennis? Nein, also beim Tischtennis muss ich sagen, wenn Kreisklasse auf Weltklasse trifft, dann sieht das halt so aus, wie es ausgesehen hat. Nein, aber tolle Gäste hier, Olympiasieger, Trainerlegenden, eine richtig coole Mischung, Musik. Und ja, das war das volle Programm. Richtig geiler Abend. Das eigentliche Programm kommt ja morgen erst. Wie ist denn Ihr Tipp für das Spiel? Ich bin natürlich befangen. Jeder weiß, dass Dortmund Favorit ist, dass Dortmund eine geile Truppe hat, die an einem guten Tag auch Real Madrid schlagen kann oder die Bayern schlagen kann und somit natürlich auch Frankfurt schlagen kann. Aber wir Frankfurter hoffen einfach, dass Borussia uns ein bisschen unterschätzt. Da liegt vielleicht unsere Chance. Gut, dann bin ich gespannt, wie es tatsächlich ausgeht und wünsche eine gute Nacht. Vielen Dank. Danke sehr.